Also das Einzige, was mich stört, ist, dass wenn ich jetzt, ähm, was wahrscheinlich auch dann passieren wird, wenn ich jetzt 1000 hiervon anfordere, wird es halt einfach Jahrzehnte brauchen gefühlt. Das ist das Einzige, was mich stört, weil halt diese ganzen Maschinen, die man braucht, nicht unbedingt optimiert sind. Plus sich halt gegenseitig blockieren und sowas. Und deswegen, also Idee ist tatsächlich, dass, ähm, ich die Schaltkreisproduktion, dass ich das nochmal neu aufbaue. Also, ja, eventuell einfach die Maschinen, die hier sind, hier mit einordnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, und keine Ahnung, vielleicht irgendwie Mixer zusammenpacken oder sowas. Also, die Reihe noch reinpacken und dann hier insgesamt vier Reihen nur mit den ganzen Prozessoren oder sowas. Bauer Max-Maschinen und schon hast du diese Probleme nicht mehr. Ja, gut, aber dann habe ich Stromprobleme. Und bis jetzt reicht es halt, dass ich immer nach drei Stunden quasi einfach, äh, ja, was ich hier halt im Endeffekt habe. Einmal alles in großen Mengen bestellen und fertig. Das hat bis jetzt eigentlich immer gereicht. So, ich brauche Steam-Cracked Light Fuel und Programm 5. So, habe ich noch Steam-Cracked Light Fuel? Ja, nur, dass mein Sufferic Light Fuel langsam, ja, wobei doch, es wird mehr. Ist zwar echt langsam, aber es wird mehr. Das ist das einzig Wichtige. So. Dann, einmal da rein. Und da kriegt man 50 jeweils nur raus. Willst du mich veräppeln? Äh, ja. Ich war auch tatsächlich am überlegen, einfach das Ding mal zu bauen. Lohnt sich das? Weißt du das zufällig? Also, quasi einfach das Ding aufbauen, den Distill-Tower. Äh, Steam-Cracked Light Fuel reinballern und das in großen Mengen rausholen. Äh, ich glaube, das Tower wird dann groß. Äh, ja. Ah, also natürlich, der, äh, Distillation Tower ist relativ groß. Das weiß ich auch. Aber, ich habe halt häufig, äh, ja, Butene kriegt man da raus, Benzene. Also, da kriegt man halt sehr viele schöne Sachen raus. Äh, mal gucken. So. 32? Oh, gut. Äh, gut. Das heißt, das haben wir. Dann brauchen wir... Ah, okay, hast noch nicht mitgearbeitet. Dann brauchen wir neun von denen. Was, glaube ich, sogar reichen könnte. Ja, vor allem, wenn wir einfach Oxygen statt Luft nehmen. Ja. Das heißt, wir haben... Das jetzt einmal. Mal ein bisschen hier mit Triggern wieder. Äh, wenn der so schnell verarbeitet, wird es sich aber lohnen, sonst Testwelt mal aufbauen. Ja, muss ich mal gucken. Also, bis jetzt brauche ich von dem ganzen Kram halt nicht wirklich viel. Deswegen ist mir das eigentlich bis jetzt egal. Also, wenn ich mal wirklich irgendwann große Mengen von irgendwas brauche, beispielsweise Rubber oder Kabel oder sonst irgendwas, sodass es sich halt wirklich lohnt, sage ich jetzt mal, umzubauen. Weil, weil... Ist ja auch immer Frage der Zeit, also Kosten nutzen. Ähm, dann werde ich mir das definitiv mal angucken. Aber bis jetzt habe ich eigentlich nicht wirklich irgendwo Materialmangel in dem Sinne. So, das war Styrene. Ähm... Sag nicht mal, kann da nicht nach suchen. Doch, ich habe es nur einfach nicht mehr. Äh... Ähm... Na gut, ich bin eigentlich schon durch damit, fast. Näh. So, ich habe doch sicherlich noch Benzene übrig, oder? Ja, 1600. Besser als nichts. Und da muss Ethylen mit dazu. Und das habe ich natürlich nicht mehr. Äh... Ethylen da. Äh... Nummer 1, Nummer 2. Ethylen. Äh, ich spiele Dungeon Dragons in Space Shuttle mit einem Kollegen. Da sind die Rezepte wesentlich härter. Das stimmt allerdings. So, dann... Das einmal... Zusammen mit Butathene und Oxygen. So... Äh... Das einmal rausnehmen und wegschmeißen. Und... Da... Na? Oxygen. So. Ja, weniger als ein lohnt sich, glaube ich auch nicht. Äh... Vom Namen her kenne ich das Pack. Ja, aber mehr auch nicht. So... So... Und so... Und so... Na... Ich hoffe immer noch, dass das einfach, äh... Das Zeug hier ist. Weil ich brauche davon exakt 9, also... Ich würde jetzt einfach mal raten, ja. Dann... Ein Zulfo, bitte. Aber man merkt, äh... Hier ist... Fehlt der liebe Tom. Warum? So. Weil ich die ganzen... Nebenarbeiten machen muss, oder was? Um nicht zu sagen Drecksarbeiten. Ja, gut. Natürlich. Also... Mit mehreren Leuten ist das Ding eigentlich fast immer. Witziger, interessanter, oder wie auch immer man das nennen möchte. Warum... Trackert die Quest jetzt nicht? Styrene, Butadine, Rubber. Styrene, Butadine, Rubber. Habe ich. Ja, wahrscheinlich ist das Ding hier... Das Problem. Äh... Was ist BQ-Admin? Ja. Äh... Naja... Was? Also, Edit. Ups. So. Äh... Naja, mittlerweile, weil in den Folgen vermisse ich die Pipe-Tode bei Tom. Hahaha. Ja, gut. Äh... Äh... Wie kann ich das Ding denn... Advanced... Wie kann ich das denn direkt abschließen? Äh... Task... Äh... Ah, ich könnte hier prinzipiell... Gute Frage, weiß ich auch nicht, wie... Alter, Spiele leckt das. Äh... Ja, ich möchte das rausgehen, da ich... Äh... Butadene... 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 So... Äh... Äh... Das Ding und dafür brauchte ich das. Und zwar Orange, Tyrene, Butadene... Irgendwas. Äh... Äh... Nein, das ist die falsche Quest. Ah, genau. Jetzt hat es geklappt, außer das mittlere. So. Dann... Uh... Tadene... Das. War doch das, oder? Ja. Dann... Back... 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 Ja. Dann würde ich jetzt tendenziell einfach mal... So dreist sein. So, weil... Wir haben es hier gemacht, also... Butadene... So. Zack. Und... Quest complete. So, die schmeiße ich aber wieder weg. Und... Das Edit einmal rausnehmen. Gut. Also, wir hatten es ja. Also, es war ja eigentlich nur ein Glitch. So. Silicon Rubber. Silicon Rubber. Ist... Äh... Ähm... Silicon Dust... Ähm... Ich will nicht. Sieht ein bisschen komplizierter aus. Das ist... Habe ich nicht Methan irgendwo? Ähm... Methan haben wir noch nicht. Äh... Äh... Okay... Nee, ich will es nicht. Tatsächlich sieht das mir... Ehrlich gesagt nach dem einfacheren Rezept aus. Ja. Silicone und Chlormethan. Haben wir denn Methanol schon zufällig? Auch nicht. Äh... Methan... Methin... Ach, einfach Prop... Okay. Booket. Zwei Stück. Propen... 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 Hier rein. Äh... Shit. 2000 brauche ich davon. Ja gut. Aber auf jeden Fall auch Programm 2. Und... nochmal Propen abholen. Gut. Das sieht dann noch aus, als ob das weniger wird. Nicht mehr. Ah, da müssen wir mal gucken. Das könnte gefährlich werden. So. Äh... Dann... Das beides. Ich muss mir mal irgendwas dafür überlegen. Vielleicht einfach ein eigenes ME-System? Wäre ja auch möglich, oder? Dass man ein eigenes kleines ME-System für die ganzen Flüssigkeiten macht. Wobei, andererseits, wir haben hier halt auch einen ganzen Haufen Flüssigkeiten. Naja. Äh, aber der Epic-Fail bisher war das mit dem Fluid-Filtern. Das konnte ja die Fluid-Hopper von Anfang an. Oder das Item. Yep. Reden wir nicht drüber. Staatsgeheimnis und so. Äh... Methin... Wie viel brauche ich davon? Neun brauche ich. Und ich kriege da nur drei raus. Gut. Machen wir es anders. So. Zerkleiner den Kram, bitte. Höh? Warum? Ach so, das war im Chemical Reactor. Äh... Ja, machen wir es so. Und so. Machen wir gleich mal ein paar mehr davon. Problem beim Discord, die Minecraft-Channel und so, habe ich noch nicht geschafft. Also, das Problem ist tendenziell, dass ich momentan einfach zu viel um die Ohren habe. Und halt eigentlich alles irgendwie so ein bisschen liegen lasse. Aber, ja. Wie gesagt, kommt im Info-Video dann auch genau, warum und wieso, was da passiert ist. Ich brauche Wasser. So, und das letzte war Chlorin. Und das Programm ist... Äh... Zwei und Silicon brauche ich. Ja, das ist auch bei mir auf der Liste drauf, dass ich neue Musik brauche. Also, ist halt echt verdammt viel, was bei mir immer wieder liegen bleibt. Aber, ja. Kann ich nicht viel gegen machen. Bei mir ist halt Uni immer erste Priorität. Und, ja. Das ist auch unter anderem der Grund, warum so oft Streams ausfallen. Weil ich einfach so viel um die Ohren habe und es nicht schaffe, mal einfach ein Wochenende oder so richtig auszuspannen. So. Ich mache 18 Stück. So. Die beiden Sachen noch. Das und das reiße ich ab. So. Dann habe ich die Dinger. Und das wird zusammen mit Sulfo gemacht. Wie lange musst du Uni noch so machen? Also, ich bin jetzt bei der Bachelorarbeit. Das heißt, Bachelor habe ich, wenn alles gut läuft, im September durch. Und dann eventuell noch zwei Jahre Master. Hallöchen, die Lehrer. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So. Das und das. Ergibt die neue Flüssigkeit. Ist ja nicht so, dass ich gefühlt, äh, schon wieder zigtausend Drums erstelle. Aber, naja. Was muss, das muss. Zack. Äh, mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Äh, ah, machst du noch härter und noch mehr zeitfressend? Jein. Also, bei mir ist nicht unbedingt das Problem zeitfressend. Also, natürlich, es kostet auch viel Zeit, ja. Aber es sind halt, in Anführungsstrichen, nur, äh, 50 Stunden die Woche bei mir mit Arbeit. Das Problem ist tatsächlich mehr, dass ich halt einfach nicht, ähm, ja, mit dem Kopf wegkomme von der Uni. Also, Problem ist, es ist halt, wenn man irgendwas offen hat zu arbeiten bei der Uni oder so, man kann, oder ich zumindestens, kann nur ganz schwer hingehen und sagen, so, ich mach jetzt für heute Feierabend. Wenn es noch nicht fertig ist. Und das ist tatsächlich eher das Problem. Und, äh, das wird sich beim Master sehr wahrscheinlich auch nicht ändern. So. Ähm, genau. Was ist das? Can be used as a substitute for regular rubber and puristle? Ah, gut. Okay. You can take many different paths to making it. Ah, gut. Äh, was studierst du denn? Habe ich bestimmt schon mal gefragt, aber vergessen. Informatik. So. Ja, genau. Informatik. Das heißt Epoxy. Ich will jetzt mal behaupten, das ist das. Genau. Und jetzt Epoxy Circuit Board. Ähm. Du willst mich doch ver... Ah, okay. Auch Informatik? Ähm. Das gibt's doch nicht. Hast du schon eine Idee, was du als Abschlussprojekt für die Uni programmierst? Äh, tatsächlich programmiert man im Regelfall nicht einfach irgendwas. Also, die Uni, die einen ermöglichen, einfach nur irgendwas leichtes zu programmieren, äh, die haben nicht wirklich einen Wert. Sagen wir's mal so. So. Ähm. Elite, kannst du mir sagen, ob ich die Dinger hier noch öfters brauchen werde? Die Nanoprozessoren. Beziehungsweise hier dann auch Nanoprozessor Assembly und sowas. Elite-Nanocomputer. Ähm. Für EV brauchst du diese vermehrt. Okay. Das heißt, es wäre gar nicht mal verkehrt, wenn ich jetzt eh die Boards hier brauche. Ähm. Dass ich vielleicht komplett hochgehe, bis auf Nanoprozessoren schon. Ähm. Beziehungsweise ist halt sozusagen erstmal weglasse und hier nicht weitermache bei den Quests. Weil wenn ich die halt eh brauche, automatisiere ich den Kram sowieso. Das heißt, es wäre eigentlich sinnlos, da jetzt irgendwie mich dafür... Äh, und die Mainframe braucht man dann später auch öfters? Ähm.